hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play together und zwar forest les forestos genau mit carly hüger amigo alexus und meiner wenigkeit so mal schauen ob wir diesmal was hinkriegen so irgendwie so weil wir sind alle flaggen wollen wir jetzt wirklich das ding suchen gehen oder wollen wir jetzt einfach so eine hülle gehen so eine hülle gehen wollen wir sind alle flaggen weg gerade also ihr müsst ich folge jemand läuft zur pinken flagge und nicht folge einfach die pinke flagge ja dann hinter dir die tür ist zu gerade so gemacht ja dann macht die gleiche wieder zu jeder alle auf zur pinken flagge okay wir gehen zur pinken flagge ich habe nichts vergessen ich habe es nicht dabei bare man dauersprinden kann es ist echt ich mache kein dauersprint ich bin gerade eben die ganze zeit verlangen gelangen ja lauf einfach mal selbst dann kann wohl ich dich nicht ein wattefuck bisschen wasser hier gerade wasser gehört also deswegen hat mich eingeholt aber er ruckelt auch ein bisschen vor eine bewegung sind geschmeidig unanmutig ja geschmeidig springen alle bringen so klein aber auch barer ein was bin ich ein bisschen frosch du hüpfst die ganze zeit wälze bobo also wenn das hier der wasserfall ist dann müsst ihr eigentlich der eingang marien haben wir abgehängt okay ja anscheinend also hier ist den was dann aber kein wasserfall bin hier am wasserfall du bist einfach im kleinen an dem kleinen das heißt wir müssen zu dir oder was nein bleibt mal da ich guck erst mal ob die überhaupt ist der eingang was denn jetzt getötet gefunden sind echt selten geworden zuerst das bombe und hatte noch mega viele und jetzt nicht mehr aber jetzt ja mal wieder welche gefunden ich glaube das ist auch zonenabhängig oder nicht die sind eigentlich überall einfach weil da hinten in der zone wo das cockpit vom flugzeug liegt da war ja so ein leichter hügel und da haben wir ganz viele gefunden also vor ewigkeiten mal nicht in dieser spiel session also nicht in diesem station sozusagen die patchen spieße immer noch open early access ja also die magenta farbe ist das dorf ja da wollten wir hin okay dann sind ja aber einfach alle weg jetzt uns wieder da auf die schön kommen wir gleich zu euch hallo willkommen doch hier sind wir wieder euch mal wieder ein bisschen stuff und things und so ne habt ihr was für uns hier ist auch die hier ist auch grüner eingang direkt im dorf also ich finde hier keinen eingang dies ist ja merkwürdig ich komme zu euch mache ich das mal in einem privaten session mache und ich da hinkommen kann ich ja sterben ohne dass irgendwie das ist elektro teile wo alle meine pfeile sind ohne ohne feuer mal geil ach scheiße alle meine pfeile sind ohne brand wieso das denn weiß ich nicht jetzt einfach so warte mal warte mal ich kann ja eins anmachen da wo ich bin ist ein wenig feuerlein stünder von mir ja was macht beim feuer amigo braucht feuer er will sich was beraten wahrscheinlich sie machen nur so wenn ihr manchmal einfach so ein luftzug hört wenn ihr irgendwie so dann ist eine höhle in der nähe also dass sie so ein höhleneingang in der nähe ja ist doch nicht im dorf da ist auch die falle ich meinte jetzt wenn ihr einfach mal so wenn du richtig durchs gebüsch rennt meine fress habe ich mich gerade erschrocken dass da kam gerade fliedermäusche aus der hülle raus ja aber auch neben die hülle hier sind ja in dem teil wo ich hier stehen aber ich will in die grüne rein weiter ich will noch keine ich werde angegriffen tschüss schau mir schon von nett mit dir bringe mit wir gehen weg ja aber eure namen haben sie auch gefickt dass man die namen jetzt sieht auf fünf kilometer entfernt ist da musste ganz kurz mal meine dings ein oh ja so da dosen mitnehmen ganz viel war mein alkohol hier noch alle gespeichert damit war ja damit werden wir gleich runter gehen ich nicht für dorst batterien alter ernster figuren noch mehr batterien hier aber ich habe keine taschen viel taschenampel sind die batterien ja wahrscheinlich ja 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 soweit ich weiß ja ist auch ganz viel stoff drumherum na ja ich nehme alles mit oder dann gehen wir jetzt gleich mal los weil es dunkel wird ich muss erstmal schnell alle meine pfeile hier fack was soll da das finde ich ja kann also in die hülle oder ja in die hülle und wo seid ihr habt ihr noch siehst ja die namen habt ihr noch alkohol hier irgendwo rumliegen hatte man ein bisschen zu viel alkohol ich muss wirklich eine pfeile hier alkohol lag bei mir hinten irgendwo was rum glaube ich zumindest oder wie schon da vorbei ja hier da wo ich bin liegt alkohol und ich habe noch ein bisschen alkohol wenn du möchtest dann ich guck mal wie weit ich hiermit komme müssen sie wieder mit stoff versorgen die hand wieder an zu zittern guck mal ich wo bist du alle also hier hinten wo das grün ist ist auch ein bisschen alkohol guck mal hier wird ganz viel für dich dankeschön snack ich will den snack auch da ist was da alle oben auf die dächer bitte man kann auch die dächer hoch ja hoch rücken oh ich habe ein dings gefunden alle auf dasselbe doch super das ist gut abgesprochen wer hat doch das feuer wie die sollte doch für mich und jetzt ist mein alkohol wieder alles da ich bin so gut die mutter guck mal nach einer zeit also ich stehe wir mitten drauf ich rutsche hier nicht runter und jetzt gleich ich bringe das da gleich zusammen nur wenn du jetzt draufstehen würdest 216 ich habe schon ein pfund abgenommen was denn wie die da runter rutschen vom dach ja wollen wir in die höhle rein ja runter hier unten ist doch direkt die grüne oder blau ja super das habe ich oder nicht oder welches loch ich mach das ding mal ab alle mal hier rechtzeitig schnell alle hintereinander damit die euch nicht macht mal das licht an könnt ihr auch machen wessen arsch habe ich hier in der fresse achte scheiße unten geht's los nee voll das i love gedärme ja ich auch alter so nett samt alle da doch alle bitte zusammenbleiben wenn wir sagen wir gehen rechts gehen wir rechts weil hier kann man sich verlaufen kommt nicht so jetzt alle gedärme so ein wer zwei haben bogen und die rest haben extra mit mit stoff oder was zu gefährlich alles abfackeln was geht wo bist du es wieder ich bin bogenmann ist die mit stoff ich nehme achten ja bin axt wie wie zünde ich meine axt dann an mit stoff drauf und dann l gedrückt halten erstmal mit stoff kombinieren mach jetzt nicht dass die stadt der stoff drum ja okay aber noch nicht anzünden das machst du erst wenn 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 die opfer das weiß ich dass das weiß ich dann hier gibt sachen zum finden so snacks schon ohne mich losgelaufen hier ich warte auf dich kann und jetzt haben wir eine map schön und einen kompass und hier muss man sich bitten überhaupt das zeug jetzt gefunden welches hier direkt vorne werden weiterlaufen lass mich nicht vorgehen hier waren wir schon weil die sachen zerbrochen sind ich sie nix hier müssen wir runter klettern jetzt habe ich noch mal durch mit mit feuer oder steuerung steuerung ja hier waren wir schon leute ich war hier noch nicht drin von barriere karl und war aber das ist so laut hier ja ich weiß was mache ich denn ich gehe wieder hoch alle bitte warten was essen ich nicht wieso lässt er mich nicht runter verdammt noch mal ich drücke doch eh und runter drücken ich habe auch s gedrückt dann habe ich jetzt mal wieder hoch also irgendwie jetzt stimmt hier nicht er will nicht der hat angst was man ja macht ihr bock oder was ich hab angst ich auch das ist so laut hier hast nur ein helm ok nicht kommen mit dem er hier war galoppelhainz irgendwo in die ecke na also ist es laut hier ich muss mal hier ist gleich wieder weg ihr müsst ihr auch anbrennen das ist aber auch wieder richtig geil aus hier fledermäuse werden ach so ich kann wechseln das lehnen ach so dass du da oben auch mal drauf krieg ich nicht kommt leute kommt alle zusammenbleiben bitte ach so ja hier wieder runter steuerung kommt man hier nicht mehr lang geht aber jetzt aber nicht alle gleichzeitig kommen hier sind zähne und finger und so das hat mich gerade voll erschrocken ich komme hier nicht durch diese fläger und steuerung doch doch nicht mache ich doch ja und ich dann einfach durchbacken irgendwie hier so links rechts geradeaus du bist im lager rennt und so ne das ist ein tisch hier ist auch ein bild schön gemalt hübsch 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 das kann ich besser malen und wunderschönes bild von meinem sohn hier ist der roboter kopf das kann auch mit dazu die liege im herz alles wird doch mal durch so herz ein herz schädel jetzt hier weiter noch ein was ist das da oben sind das als finger oder ja na ist das scheiß es will ja die könnte ich nicht mehr weil die axt viel zu langsam und unbehindlich ist okay das kommt jetzt alle durch irgendjemand hat hier ordentliche bretter gezimmert ob man sich weißt du was nutze hat man jemand eine flair die er reinwerfen kann machen nämlich auch nicht einfach nur die fähren ja einfach nur die flair geradeaus werfen kann sie auch anzünden ja das ist ja schon eine näher anwerfen ich hör was auch hier stehen sie ja holy shit ich kann auch dynamit reinwerfen wenn du möchtest ah nein 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 es macht uns alle im Arsch ich kann mich nicht verstehen macht uns alle kaputt ich hab's nicht verstanden ich wirf mal dynamit rein um die wegzumachen die hinsen außen noch beendet er hier kommt noch einer und daher kommt kommt betreut kommt kommt achtet auf euer essen und so auf eure auf euren Hunger ja ich esse ja schon was ich trinke was guck auch mal an die Decke die hängen auch manchmal an der Decke die Decke hängt an der Decke nee die Leute hängen an der Decke die Viecher hier da oben ist irgendwas was und so ist es das Wasser die Kies oh hier sind noch Alkohol und eine Kassette oh und Seilis mhm eine Kassette Alohol und Seilis so und jetzt zurück wieder ich 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 brinchte auch Kassette dann hol dir deine Kassette hast du sie vielleicht schon aufgenommen nein ich kam nicht ran weil da so viele Leute drum standen ja dann geh wieder zurück und hol sie dir jetzt hab ich sie ja du hast sie genau ins Wasser geworfen alter die Flair deswegen war die so schnell weg hier kann man glaube ich tauchen soweit ich das sehe oder und da kann man hier noch stehen müssen Gang mit Brettern kommen wir nicht von hier nee und da ist ein Seil nach oben nee da wollen wir noch nicht hin also wieder runter also weiß ich auch nicht ob man da was ist hier ein Licht am Ende des Runds da unten liegt was im Wasser ich glaube hier liegt irgendwas ne das ist bloß nur ein Starag nein hier liegt ne Leiche alter da wo ich war seht ihr die nicht? da unter ah ja stimmt ja ja dem kann man aber nix machen ach ich glaube das ist der Axt das ist der Bergsteiger hm nice Wasserleichenpfahl ey so und jetzt hier folgt mir folgt mir machen die Steilag wie in Aua? nein ok da komm ich hier nicht hoch komm hier nicht raus ok tschüss ha 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 ähm ernsthaft jetzt ich komm hier nicht raus ach jetzt ok alter boah alter fing da mir an so rum zu pusten ey ins Mikro er ist überhaupt nicht so oder? guck mal hier ob man hier warum tut man automatisch abrutschen das nervt so ja es gibt so stellen wo man halt wirklich tauchen muss hier oben geht es doch hier man kann hier rein oder es ist einfach bloß ein loch ok das ist ein loch wie kommst du da jetzt wieder raus sag mal alt amigo das schon wieder dass er mich in den tod stürzen möchte ich bin da unter ausgeglitscht schön hallo das war schon klar dass wir ein drittel vom leben russung fehlt ja das heißt wir müssen zurück auf die super fertig jetzt hier doch ja wir finden doch keinen wir können doch nicht gab es nicht noch andere zweigungen oder so ja dann müssen wir wieder zurückspringen müssen zum bergsteiger zurück und dann die die holzbrette immer alle da ja die mich laut ja ja weiter wir einfach ineinander klettern auch schön und wir hierhin plötzlich warten es alle hier sind ja es will ja klettert gerade noch egal welche kannte es ist bitte fernhalten von mir amigo ein bisschen hier medikamente das wäre nicht notwendig wenn man ein bisschen abstand halten würde ja bitte 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 ich immer hier mordversuche am eigenen zu sagen dann hat da noch ein koffer da hinten ist auch noch ein koffer alkohol danke das war am igu natürlich hier ist wasser nie da nicht da tauchen dann auch egal wo lang wo lang wo lang was ich muss nicht so dann auf wo hier sind wieder sachen alkohol 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 für die alkohol menschen kann gar nichts mehr aufnehmen gerade mit lämpchen ne kommt man nicht lang versuchts nicht hier kommt man nicht lang screenshot äh thumbnail machen wir jetzt gehen wir zurück oder wie ja wir versuchen jetzt wieder rauszukommen aus der höhle also hier kommt man irgendwo hin oder was nein nicht so also von hier kommt ja von hier kommen wir an geht zurück ja doch ich habe ich verloren wir kommen zu dir am igu bitte halte ich von mir fern danke ich habe angst halt umdrehen nach den schauer geschichten erzählt hat ja hier in diese richtung und hier jetzt stürzen ach so irgendwie keine rüstung mehr an wer war das haben alle gerade rüstung oder bei mir war gerade eine ohne so die 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 wieder zurück hat das gefühl die war mal größer die cave vielleicht sind wir auch einfach bloß an den abzeugung vorbeigelatscht kann sein gibt es nicht mehrere es gibt so viele kinder also hier hier müssen wir lang ja 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 also hier die weil hier wunderschöne menschen mit den füßen liegt mit den füßen ja ich bin unterwegs hier sind die herzen und so ist wie in so einer kleinen kindergarten gruppe hier und so sagen ja keiner geht hinterher und die kinder dazwischen die sch paintings von aufpassen die kinder ja mal dass er auch weiter jetzt schmeckt ihn auch nie wieder ganz ehrlich irgendwie sehe ich immer mehr wenn jemand anders mit dem vollzeug da steht ja ganz weiß nicht woran das liegt ja doch mein daumen wäre schon längst verbrannt hier sehr spannend jetzt wieder laut ja genau warum macht das ding hier kaputt also habe ich gar nicht gesehen kompass haben wir alle gefunden oder ja es ist ich gehe jetzt so wieder raus hier ich bin fertig hier hat es sich eingemauert seile lecker okay ich war gerade zu dick für den durchgang ich kam zwar ohne schwierigkeiten durch also rein aber nicht wieder raus da war mir hat er hat mich irgendjemand mal erzählt hüllen sind hier voll schrecklich ja ja wir haben die einzige höhle erwischen denn nichts los ist oder ja genau die richtung ich werde gerade durchgelaufen ist ja wir zurück gelaufen ich habe sie aber du hast es das tor doch zur seite rechts aufgemacht ich habe keine ahnung also ich bin ich ein bisschen wie gesagt das land ist ein bisschen immer hier lang ja fach war das hier geht es auch noch weiter oder oder waren wir hier schon nee oder hier hier bei mir und aus als wäre ich eine abzweigung ich kann leider mit meinem blöden vollzeug nicht viel erkennen ja dann macht ihr eine axt an ich habe jetzt deswegen auch hier geht es auch weiter und es geht auch weiter und hier laufen leute rum ja dann versuchen wir mal zu euch wieder zu kommen also hier waren wir noch nicht hier kann ich mich nicht daran erinnern können wir bitte zusammenbleiben ja ich habe keine ahnung was mitbringen macht ja merken wir ja hier ist irgendwie eine große hülle geöffnet hier unten jetzt auch über gehen wir jetzt erst mal hier nach unten und wenn weiß ich bei dir eine große hier ist nämlich ein effektiv hier waren wir noch nicht cool aus oder da ist ein seil da oben liegt irgendwas totes eine decke eine decke das ist ein schiss wer geht vor ich mag so ja warum nicht meine die babys glaube ich hier wenn ich weiß nicht ob in der nähe die liegen ja alle rum also ist gut ich mach an es muss nur brennen es ist nicht so stark ist darf ich nur nicht an hinten der zweite ist es doch schon ja allerdings hat man das sagt was so ekelhaft aus alle lebten auch jetzt nicht mehr okay es tut mir nicht noch baby ist deshalb immer wenn man sie wie wir auf dem boden kommen monat auch bitte hat monat noch mal ein einfach da reinwerfen ja bitte einfach fett rein damit alle abrennen auch das habe ich auch noch nicht gesehen hier also ich auch in die vorhin 1 laufen jetzt hier wissen was weil die könnte ich auch anspringen das war musiklaus bei der way das war wieder ich hatte es noch was am kriegen leute da kriegt noch irgendwo was die hängen auch an der decke und so weiter das ist gut wenn man in der gruppe ist da kann man einfach fett mollis rein knacken hier hüpft was ja draufschlagen zwei hüpfen ja draufschlagen töten mitnehmen ich brauche gar keine kann die bahn oder irgendwas wenn ich euch das ist okay das ist ein bisschen eklig wisst ihr das hier auch ich höre da oben ist noch irgendwo was ach da ist das macht man ob mal weniger du scheißviech äh äh nur röger ist ja es will gar nicht nur hier entdeckt noch er einmal nach essen kredi ich habe die zieler bei keine sorge ich habe die ziel ich bin ich nur wieder weiter wo bist du so schnell so wohl wohl wie was aber alle aber machen es ist weg ich habe was gefunden ja hier geht es nach oben wollen wir gehen hier kommt man raus da gehen wir raus wo bist du denn nicht noch bei oben hier hier seht ihr doch wir brauchen erst mal was nahrung und so außerdem ist das ich habe auch mal die nahrung dabei ja egal ich mache hier oben bitte so ein ding im sinn so eine fahne gut wir ziehen uns hier mit tapfer aus dieser höhle zurück ich muss übernehmen ja geh ich bin ich nach oben das ding ich drücke auf e und wenn ich dann wieder auf e drücke gehe ich runter ja das ist ja nicht auf e du musst einmal in den fall wie nach oben also beim letzten bin ich runtergefallen also irgendwie weil du eh weil du losgelassen hast mit e das natürlich schnell als ich gekletterte ja ich habe die sprint bewusst sache angenommen so kommen wo sind wir hier rausgekommen beim arschloch guckst du oder an jemand farbig markieren ja ich habe sie jetzt gelb gemacht oder so ok ja merkt euch die gelbe da gehen wir nichts mehr wieder rein in der nächsten folge oder ja dann vielen lieben dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal Tschüssi! Tschüss!